Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 15. Oktober 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten an der Saporizhia Frontlinie. Im Süden startete die russische Streitkraft wie erwartet weitere Gegenangriffe, das Ganze ausgehend von ihren Stellungen in den Höhen und zwar in diese Richtung. Als Folge dessen gelang es ihnen zunächst die ukrainischen Truppen ein Stück zurückzuwerfen. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser gesamte Bereich von der gelben zurück in die graue Zone. Dort wurden von ukrainischen Drohnen bereits russische Trupps identifiziert. Ein Abschnitt der Hauptverteidigungslinie fällt wieder in die rote Zone. Das betrifft hier diesen Abschnitt. Die russische Seite konnte damit ein paar alte Positionen auch hier wieder einnehmen. Die Situation bleibt hier aus ukrainischer Sicht weiter schwierig. Ein Erfolg ist nicht in Sicht. Die russische Seite übernimmt langsam auch hier die Initiative an der Frontlinie und versucht die Ukrainer zurückzuwerfen. Am Abschnitt Verbove zeigt eine Drohnenaufnahme russischer Trupps an der Straße von Verbove. Konkret betrifft das hier diesen Abschnitt. Eine russische Sturmgruppe rückte mit mechanisierter Wehrtechnik von Verbove aus vor und stürmte dort die ukrainischen Stellungen. Es ist zu sehen, wie einige ukrainische Soldaten gefangen genommen werden. Die Folge des Angriffs ist nicht ganz ersichtlich, aber sehr wahrscheinlich ist diese Stellung nun unter russischer Kontrolle. Daher gehen wir davon aus, dass die russische Seite hier ein paar alte Positionen wieder zurückerobert hat. Eine weitere Korrektur an der Frontlinie folgt. Zunächst wurde dieser Bereich von der gelben in die graue Zone verlegt. An den Flanken bleibt dagegen die ukrainische Seite aktiver. An der westlichen Flanke gelang es ukrainischen Trupps, ein weiteres Stück eines ausgebauten Stellungssystems einzunehmen. Das betrifft direkt die Stellungen westlich von Robortene. Die Rede ist von diesem Abschnitt. Dieser Bereich rutscht im Vergleich zum Vortag von der grauen in die gelbe Zone. Die ukrainische Seite konnte sich an diesem Abschnitt hier festigen. Die Kämpfe an diesem Abschnitt dauern weiter an. Die Ukraine greift in diese zwei Richtungen hier, in Richtung der russischen Positionen und im Dorf Kobani an. Soviel zur Situation an der südlichen Frontlinie. Weiter geht's in Richtung Donbass. Die russische Offensive verliert in den vergangenen 24 Stunden langsam an Momentum. So scheint es zumindest zum heutigen Abend. Wir starten wieder am Abschnitt auf Zivka. An der nördlichen Flanke reduzierte sich die russische Angriffsaktivität nach den kürzlichen Misserfolgen. Die ukrainische Streitkraft konnte in den vergangenen Tagen die massiven russischen Angriffe abwehren und die Situation weitestgehend stabilisieren. Es wurde sogar ein Gegenangriff am Abschnitt der Höhe 235 unternommen, und zwar in diese Richtung. Dieser war allerdings erfolglos. Die russische Seite kontrolliert weiterhin ihre alten Positionen. Trotz der anfänglichen russischen Euphorie in den vergangenen fünf Tagen sehen wir in Richtung Stebove und Berdytschi nach wie vor keinen wesentlichen russischen Erfolg. Auf der russischen Seite gibt es die Behauptung, dass dieser Bereich aktuell von ihren Kräften kontrolliert wird. Wir werden das Ganze nochmal überprüfen. Insgesamt scheint es gegeben des Frontverlaufs auch nicht unwahrscheinlich. Dennoch lässt sich das zum heutigen Abend definitiv nicht bestätigen. Einige russische Quellen behaupten auch, dass man die Eisenbahnlinie hier erreichen konnte. Diese Information können wir definitiv nicht bestätigen. Die Grauheitzone bleibt hier dennoch vergrößert, bis wir weitere Updates haben. Östlich und südlich von Avtijivka wurden ebenfalls alle russischen Angriffe abgewährt. Die Angriffsintensität war hier allerdings deutlich geringer. Hauptsächlich griff die russische Seite in der Region südlich von Avtijivka an und versuchte hier einige Stellungssysteme einzunehmen. Die Angriffe wurden auch auf breiter Frontlinie durchgeführt, hatten allerdings, wie gesagt, hier keine wesentlichen Ergebnisse für die russische Seite gebracht. An der südlichen Flanke sehen wir nach wie vor russische Angriffe in Richtung der Dörfer Sierverne und Pervomaiske. Hier hat sich in den vergangenen 24 Stunden nicht viel verändert. Die russische Seite setzt weiter mechanisierte Kräfte ein und versucht vorzustoßen. Die Ukraine leistet weiter erheblichen Widerstand. Beide Seiten erleiden hier wegen der hohen Kampfintensität große Verluste. Keine der beiden Seiten will hier nachgeben. Zum Ende der Woche können wir zusammenfassen, dass die russische Seite um Avtijivka keine wesentlichen Erfolge erzielen konnte. Das heißt allerdings nicht, dass die Bemühungen hier aufgegeben werden. In der nächsten Woche können wir weitere russische Angriffe um Avtijivka erwarten. Möglicherweise auch mit dem Einsatz von erfahrenen ehemaligen Wagner-Sturmgruppen, die erst kürzlich einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium unterschrieben hatten. Damit geht es auch schon weiter in Richtung der Stadt Bachmut. Wir starten erstmal in der Region zwischen Bachmut und Horlevka am Sivirski Donetsk Donbass-Kanal und nimmt die Ukraine lokal Angriffe in Richtung des Eisenbahnknotenpunktes Majorsk. Wir sehen hier weitere ukrainische Versuche, den Brückenkopf am Kanal zu erweitern. Hauptsächlich greift die Ukraine entlang dieses Waldstrichs an. Eine russische Drohnenaufnahme zeigt ukrainische Trupps an diesem Abschnitt des Waldstrichs. Dort stehen sie unter intensivem russischen Artilleriefeuer. Als Folge dessen wurde die graue Zone hier erweitert. Diese russischen Positionen, diese ehemaligen Positionen sind nun wie gesagt in der grauen Zone Werten umkämpft. Gleichzeitig können wir einen ukrainischen taktischen Erfolg registrieren. Das betrifft in etwa diesen Bereich. Dieser fällt im Vergleich zum Vortag von der grauen in die gelbe Zone. Insgesamt eine unbedeutende Veränderung, die aber zeigt, dass die Ukraine auch hier Druck in Richtung der Eisenbahnlinie ausübt. Damit bleiben wir auch an der Eisenbahnlinie, springen allerdings in Richtung des Dorfes Klischivka. Dort gelingt es der ukrainischen Streitkraft, die kürzlich verlorenen Positionen an der Eisenbahnlinie wieder einzunehmen. Sie sehen die Veränderung hier wieder in dunkelgelb hervorgehoben. Russischer Quellen veröffentlichten Drohnenaufnahmen, auf denen gut zu erkennen ist, wie ukrainische Positionen an der Eisenbahnlinie beschossen werden. Das bestätigt, dass dieser Bereich wieder von der Ukraine kontrolliert wird. Und damit hier eine weitere Korrektur in der Region Klischivka. Zum Abschluss springen wir nochmal in den Norden. Dort werden weitere russische Angriffe gemeldet. Gestern hatten wir einen massiven russischen Angriff in der Region Makivka angesprochen. Zum heutigen Tag lässt sich nicht viel darüber sagen. Die ukrainische Seite spricht vom Abwehren dieses Angriffs. An der Frontlinie wurden auch zum heutigen Abend erstmal keine Veränderungen identifiziert. Damit überprüfen wir weiteren aktuellen Zustand an dieser Region. Anders sieht es dagegen am Abschnitt Gubiansk aus. Hier rückte die russische Seite östlich von Orljansk an mehreren Waldstrichen weiter vor. Im Vergleich zum Vortag fällt in etwa dieser gesamte Bereich von der Grauen in die Rote Zone. Eine weitere Korrektur westlich von Orljansk. Der Vorstoß beträgt hier im Schnitt etwa 500 Meter. Zudem sehen wir auch eine vergrößerte Graue Zone nördlich und südlich von Orljansk an diesen zwei Abschnitten. Auch hier gibt es aktuell keine Klarheit darüber, welche Positionen tatsächlich von der russischen Streitkraft kontrolliert werden. Mit dem Eintreffen neuer Drohnenaufnahmen werden wir allerdings auch diese Abschnitte Stück für Stück korrigieren. Wenn Ihnen diese kurze Zusammenfassung gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne auch den Kanal für tägliche Updates aus der Ukraine abonnieren. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen wunderschönen Abend.